Ab und zu habe ich das Gefühl, dass dem Airbus A220 der ehemaligen C-Series nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn man dann irgendwann aus welchen Gründen auch immer doch mal über das Flugzeug redet, dann finden das immer alle total cool. Alle sind total begeistert von dieser Maschine. Das sollte Grund genug sein, um jetzt doch mal etwas genauer über dieses Flugzeug zu quatschen, denn da ist zurzeit auch wieder einiges an neuen Dingen los. Und die Umbenennung der Maschine von C-Series zum Airbus A220, das ist mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her. Also wir schauen uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Seit Mitte Juli 2018, also seit mittlerweile gut einem Jahr, wird der Airbus A220 als solcher vermarktet. Nicht mehr als C-Series. Und tatsächlich hat Airbus es in diesem einen Jahr geschafft, etwa halb so viele Maschinen zu verkaufen, wie Bombardier in den knapp 10 Jahren zuvor. Das ist ziemlich beachtlich und so wie es aussieht, wartet da auch noch das ein oder andere Erfolgserlebnis mit dem A220 auf den europäischen Flugzeugbauer. Seit Start der konkreten Entwicklung der C-Series im Jahr 2004, musste Bombardier als Flugzeughersteller einige ziemlich teure Herausforderungen bewältigen, die das Projekt ausbremsten und auch den Flugzeughersteller selbst in finanzielle Schwierigkeiten brachten. Zu Beginn der Entwicklung ließen sich weder Triebwerkshersteller noch die von Bombardier angedachten Großkunden von der Idee eines neuen, vergleichsweise kleinen Jets, von der Idee eines Regionalflugzeuges überzeugen. Dabei erschien einem der Plan oder der Entwurf von einem solchen Flugzeug gerade in Anbetracht der damals noch recht großen MD-80 oder teilweise sogar noch DC-9-Flotten bei einigen amerikanischen Fluggesellschaften gar nicht mal so schlecht. Denn Airbus und Boeing als die beiden größten Flugzeughersteller der Welt konnten mit ihren jeweils kleinsten Versionen ihrer Standard-Rumpf-Flugzeugfamilie, also 737-600 und A318, keine wirklich effiziente und moderne, zeitgemäße Lösung präsentieren. Beide Flugzeugtypen sind ja letztendlich dadurch entstanden, dass man von der Basisversion der jeweiligen Flugzeugfamilie ganz einfach mal ein paar Rumpfsegmente rausgeschnitten hat. Und da muss man kein Genie für sein, um zu erkennen, dass das hier keine wirklich passenden Regionalflugzeuge sind oder keine Flugzeuge, die für diesen Kapazitätsbereich entwickelt und gebaut wurden, sondern das sind einfach schnell gemachte Kompromisse. Die Dinger haben ein viel zu hohes Leergewicht für ihren Kapazitätsbereich. Aufgeteilt wurde dieser Bereich also in den Jahren rund um 2010 viel mehr auf Flugzeuge aus der Embraer E-Jet-Familie, ziemlich ausgereizt und vielleicht auch schon wieder etwas angestaubt, und auf die noch viel mehr ausgereizten Kanadär-Flugzeuge von Bombardier. Was für den weiteren Verlauf des Videos eventuell noch ganz interessant ist, Airbus hat kurz vor der Jahrtausendwende tatsächlich eigentlich die Idee gehabt, ein eigenes, neues Flugzeug im Kapazitätsbereich rund um 100 Sitzplätze zu entwickeln. Keinen Airbus A318. Hat man dann aber am Ende des Tages doch nicht gemacht, aufgrund zu geringer Erfolgsaussichten. Gut 15 Jahre später hat man die anstrengende und ja eben nicht so erfolgsversprechende Entwicklungsarbeit einen anderen Hersteller machen lassen und kauft sich jetzt ganz einfach das beste Flugzeug in dieser Größenordnung ein. Zumindest einen Mehrheitsanteil an diesem Projekt. Und wenn man es an dieser Stelle ganz eng nimmt, dann hat Airbus sich damit tatsächlich sogar genau das einzige Flugzeug eingekauft, was wirklich exakt für diesen Kapazitätsbereich entwickelt wurde. Kurz vor der Bekanntgabe der Übernahme von 50,01 Prozent, also dem Mehrheitsanteil am Bombardier C-Series Projekt durch Airbus, hat der kanadische Flugzeugbauer insgesamt knapp 370 Bestellungen für sein Flugzeug einsammeln können. Und es sah auch nicht unbedingt nach bevorstehenden großen Sprüngen bei dieser Anzahl an Bestellungen aus. Als Airbus das Ganze dann übernommen hat, da wurde die Nummer anscheinend schlagartig interessanter, denn bis heute sind knapp 200 Bestellungen dazugekommen. Unter anderem auch durch die anfangs erwähnten Wunschkandidaten, amerikanische Fluggesellschaften. So bestellte beispielsweise JetBlue erst einmal 60 Maschinen vom Typ A220-300, als dieser neue Name auf dem Flugzeug stand. Und jetzt auf der Paris Airshow in diesem Jahr hat man nochmal 10 Bestellungen oben drauf gelegt. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass der A220 jetzt in diesem Jahr unter der Airbus Fittiche endlich die E-Tops 180 Zulassung bekommen hat, vermuten Experten noch eine ganze Menge weiteres Potenzial für diesen Flugzeugtypen bei dieser Fluggesellschaft. Der Mann, der damals vor etwas mehr als 20 Jahren die Fluggesellschaft JetBlue an den Start gebracht hat, David Nealman, der hat mit dem A220, seitdem Airbus draufsteht, aber tatsächlich auch noch einiges vor. Und zwar wird er ab 2021 mit einer neuen amerikanischen Fluggesellschaft den ersten von 60 bestellten A220-300 übernehmen. Aktuell steht dort noch der Name Moxie Airlines auf der Liste. Höchstwahrscheinlich wird es dann am Ende des Tages ein anderer werden, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ist ja aber auch nicht so wichtig. Was hier viel mehr interessant ist, genauso wie JetBlue auf die ja tatsächlich recht nützliche E-Tops 180 Zulassung angesprungen ist, tut das auch die neue amerikanische Fluggesellschaft. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Und zwar wurde vor wenigen Wochen, also ebenfalls unter dem Airbus-Dach, ebenfalls unter dem Namen A220 angekündigt, dass beide Flugzeugtypen, Version 100 und Version 300, ab Mitte 2020 mit einem erhöhten Abfluggewicht unterwegs sein werden. Das bedeutet, dass vollbesetzte Maschinen jetzt nochmal ein bisschen mehr Treibstoff tanken können und somit wird die Reichweite der Flugzeuge erhöht. Die bis zu 140, 150 Passagiere, wenn man es wirklich drauf anlegt in einem A220-300, die können damit dann knapp 6200 Kilometer weit fliegen. Im etwas kleineren A220-100 sollen es dann sogar 6300 Kilometer sein. Ja, was ein lustiger Zufall, dass das ziemlich genau die Strecken abdeckt, von der US-Ostküste bis nach Mitteleuropa. Von Boston aus, also von dem Standort, an dem JetBlue höchstwahrscheinlich einen Großteil ihrer A220-Flugzeugflotte stationieren wird. Ja, von dort aus sind es nach London auf kürzestem Wege etwa 5300 Kilometer, von New York aus etwa 300 Kilometer mehr. Und auch Frankfurt wäre von beiden Standorten aus ziemlich gut erreichbar mit dem erhöhten Abfluggewicht der A220. Unter dem Dach des europäischen Flugzeugbauers wird das Flugzeug jetzt also richtig langstreckentauglich. Und so kommen jetzt, und das ist wirklich interessant, so kommen jetzt fähige, aber das waren sie vorher auch schon, fähige, aber eben jetzt sehr gut ausreizbare, brauchbar ausreizbare Leistungswerte mit einer so noch nie dagewesenen Effizienz zusammen. Und man hat ja immer dahin gesagt, auch ich habe das immer gerne dahin gesagt, dass Airbus sich mit der C-Series bzw. mit dem A220 den besseren A318 eingekauft hat. Jetzt haben sie sich aber auch ganz klar, vor allem mit diesen Optimierungen, den besseren A319 eingekauft. Es gibt nur noch wenig Gründe, kleine Anwendungsbereiche, in denen ein Airbus A319, vor allem dann, wenn er nicht in Kombination mit anderen Flugzeugen aus der A320-Familie betrieben wird, in denen ein A319 besser abschneiden kann, als die Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Das können auf einigen Flughäfen eventuell nochmal die etwas stärkeren Triebwerke des A319 sein, oder auf einigen vereinzelten Strecken auch nochmal die knapp 600 Kilometer zusätzliche Reichweite, die dieser Flugzeugtyp im Vergleich zum A220 bieten kann. Obwohl man da natürlich dann doch irgendwie ehrlicherweise dazu sagen muss, dass der Airbus A319 wahrscheinlich bei den wenigsten Fluggesellschaften im täglichen Betrieb an seine Reichweitengrenze herangetrieben wird. Die Airbus-Mehrheitsübernahme hat sich also in den letzten Monaten, im gesamten letzten Jahr, auf jeden Fall positiv auf das Datenblatt und auf die Leistungsfähigkeit des A220-C-Series ausgewirkt. Und auch die Airbus-eigene Logistik fängt mittlerweile an, im großen Stil für diesen Flugzeugtypen zu arbeiten. So kamen beispielsweise jetzt gerade erst im letzten Monat die ersten großen Teile im US-Airbus-Werk in Alabama an, vom A220, um dort jetzt in den nächsten Wochen und Monaten den ersten dort hergestellten Flugzeugtypen zusammen zu zimmern. Und das soll dann auch in den nächsten Monaten immer und immer weiter anlaufen. Wir wissen zwar noch nicht so richtig konkret, wie das da mit der Produktion jetzt ablaufen soll in den nächsten Monaten und Jahren, aber Airbus selbst spricht von einer monatlichen Produktionsrate des A220 von gut 15 Maschinen, irgendwann in den nächsten Jahren. Davon sollen dann knapp 10 Flugzeuge pro Monat in Kanada gebaut werden und die restlichen Maschinen dann eben im US-Airbus-Werk in Alabama. Wir wissen also noch nicht, wie das dann genau aussieht, aber hier passiert auf jeden Fall was. Neben den Fluggesellschaften, die von Anfang an auf diesen neuen Flugzeugtypen gesetzt haben, darunter beispielsweise AirBaltic, die setzen voll und ganz auf den A220-C-Series. Die werden höchstwahrscheinlich in diesem Jahr sogar noch die 737 ausflotten, dann bis 2023 die Dash 8, sodass sie dann 2024 eventuell eine Flotte mit bis zu 80 Airbus A220 betreiben. Genauso ist auch schon die Lufthansa-Gruppe von Anfang an mit dabei. Zum aktuellen Zeitpunkt fliegen sechs Airbus A220 bei Swiss durch die Gegend. Insgesamt sollen es dann bis zu 30 Maschinen werden, also neben diesen eben genannten Fluggesellschaften, die von Anfang an mit dabei sind, kommen jetzt durch die von Airbus gemachten Optimierungen am Flugzeugtypen auch noch andere Kunden um die Ecke. So steht mittlerweile bereits fest, dass die Fluggesellschaft Air France ab 2021 ihre Flotte aus Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen erneuern wird. Dafür wird man auf jeden Fall bei Airbus einkaufen müssen und zum aktuellen Zeitpunkt verdichten sich die Gerüchte, dass man da dann eventuell auch eine beachtliche Menge an A220 finden könnte. Also Air France wird höchstwahrscheinlich eine ganze Menge A320 und A321neo bestellen und dann auch irgendwas zwischen 50 und 70 Airbus A220. Das dürfte ziemlich spannend werden. Unterm Strich bleibt uns dann wohl nur noch zu sagen, dass Airbus an dieser Stelle eine clevere Basis eingekauft hat, diese dann clever optimiert hat und das, was dabei rumgekommen ist, ist ein hervorragendes Flugzeug. Aber so einseitig darf man das dann wahrscheinlich auch nicht immer sehen. Ab und zu stelle ich mir dann doch irgendwann mal die Frage, ob das denn wirklich zu rechtfertigen ist für Umwelt, für Flugsicherung, für den Luftraum generell, wenn dann irgendwann ganz viele Fluggesellschaften mit vergleichsweise kleinen Jets von einer Kleinstadt zur nächsten über den Atlantik hobeln. Und auch wenn Airbus eine erneute Verlängerung des A220 dann zum A220-500 selbst aktuell noch als höchstwahrscheinlich bezeichnet, frage ich mich, ob das wirklich so wahrscheinlich ist. Denn den besseren A318, den hat man jetzt und auch den besseren A319, wie wir eben gesehen haben, den hat man jetzt auch. Aber ob man jetzt hier den besseren A320neo bauen wird, das wage ich zu bezweifeln. Da wäre es doch wirklich interessant gewesen, wenn Bombardier selbst diesen Flugzeugtypen eventuell noch hätte verwirklichen können. Das hätte den Markt eventuell etwas aufgemischt. Also schade, dass das nicht so passiert ist, aber ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt da gerne mal was zu in die Kommentare und dann soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lass es gut gehen und tschüss.